Guten Abend miteinander und ich bin Hans-Peter. Heutiges Thema ist die latente Gewaltbereitschaft in der schweizerischen Gesellschaft. Das Wichtigste ist die Täter der Therapie. Wir haben heute ein Beispiel von einem, der in der Jugend gewalttätig war. Heute ist der für ihr Jamm wie ein Lamm. Es ist der Haie Hasle. Saletti zusammen! Ich kann euch doch mal erzählen, weil dann ja Bibi euch ja so angeschlagen hat. Die waren ja mal Zuhälfte. Zuhälter, du musst aber aufpassen. Mit so etwas hättest du vor kurzem noch ein paar die Schnorren bekommen, bevor ich meine Gewalt im Griff hatte. Hast du verstanden? Du Provinzwürstchen, du! Jetzt sind dir aber schon fast ein Teil oben gewesen. Das hat gar nicht viel gefällt. Was ich hier mache, sagt mir Deeskalation. Oder? Kannst du mich mal provozieren? Komm! Komm doch mich mal provozieren! Ha! Ah! Die haben das wahnsinnig aus dem Rasierwasser. Das ist kein Rasierwasser. Das ist Frostschutz. Habe ich saufen gegen die Kälte? Hast du einen Schluck gewollt, du Milchbubi? Also, ihr seht, bei mir ist Gewaltbereitschaft nur noch im mentalen Bereich drin. Hey Hasle, jetzt, äh, im Alltag, wie geht dir mit dem Impulskonto? Jojojojoe nur! Hör mal! Wenn ich im Alltag einen Impuls habe mit einer Katze, brauche ich keine Kontrolle, wenn du weisst, was ich meine! Ha! So, wie die Leute herkommen! Hey, da musst du aber aufpassen, gell? Auflattern und die Fresse nimmt und Sprachfehler ist weg! Ha! Ha! Du hast ja fast immer Jajate gedreht. Hätte ich nur noch Schlötterchen gemüssen anhängen? Hör mal! Ich habe meine Gewalt grausam im Griff, oder? Also, weisst du, das Problem der Gewalt ist nämlich du! Ohne Leute wie dich, die so ein Zeich zusammenschwätzen, wäre nämlich unsere Welt auch freundlicher, oder? Hast du verstanden, du? Warum tust du den Müsli fressenden Provinz da bin? Ha! Jetzt geht's ja letztlich! Ha! Jetzt müsst ihr aufpassen! Ha! Du musst aufpassen, du! Weisst du was? Vergisse nämlich meine Therapie! Kannst du mal mit Gewaltpotenzial kennenlernen! Ha! 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 Und das nächste Mal hat ja jeder mir übersanfte Konfliktlösungen, aber dann muss ich ja mohnen! Fertig! Ha! 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 Ha!